Jenny Elvers gehört zu den 10 Promi-Kandidaten, die ab dem 15. November für Dancing on Ice auf der Eisfläche stehen werden. Doch nun bedroht ein herber Rückschlag ihre Teilnahme. Die Schauspielerin stürzte am Donnerstag beim Training und brach sich dabei eine Rippe. Nach dem Training schossen mir die Tränen in die Augen und ich bekam nicht gut Luft. Doch Jenny will sich von ihrer Verletzung nicht unterkriegen lassen und in wenigen Wochen trotzdem an der Show teilnehmen. Auf Instagram postete sie ein Bild aus der Eishalle und schrieb dazu, Ich lass mich nicht unterkriegen, schon gar nicht von einem Rippenbruch. Sechste Rippe ist glatt durch, aber mein Wille ungebrochen. Hab schon ganz andere Sachen geschafft. Auch Jennys Fans stehen voll hinter ihr und sprechen ihr Mut zu. Werd schnell wieder gesund, ich drück die Daumen, dass es schnell wieder heilt. Das ist Frauenpower, weiter so, liebe Jenny. Du bist tapfer, gute Besserung.